Das war heute ein sehr schwacher Beitrag im Untersuchungsausschuss für den Dieselskandal. Die deutsche Behörde, das Kraftfahrtbundesamt, das sowohl an der Gesetzgebung beteiligt war, als auch für die Umsetzung zuständig ist, gibt hier vor in Brüssel bis zum letzten September gar nicht gewusst zu haben, dass es so etwas wie Abschaltmechanismen geben könnte. Das ist eine intellektuelle Zumutung und ich kann das auch nicht glauben.